Now turn to your right. Danke sehr. Noch eine Vierteldrehung. Noch von hinten. Noch eine Vierteldrehung. Noch eine Vierteldrehung. Noch eine Vierteldrehung. Und wieder von vorne. Lächtes Wacken. Superschön. Bala, drop mich rein. 108 und 109, bitte einmal kurz tauschen. Die Schwestern tauschen einmal kurz im Platz. Perfekt. Superschön. 110 und 112, bitte auf Platz tauschen. Und 113, 130 und 108, bitte auf Platz tauschen. Das wir Galdemar an einer anderen Stelle gesehen haben. Nach rechts. Die Schwestern tauschen. Die Schwestern tauschen. Die Schwestern tauschen. Noch eine Vierteldrehung. Die Schwestern tauschen. Und wieder von vorne. Und jetzt darf ich euch alle gemeinsam binden, zu eurer Lenken, man lernt und hört ihr Rad. Super schön, Mono. Sehr schön, Mono. Perfekt. Super schön, Mono. Super schön, Mono. Ein Quoto-Tür auf der righte. Und immer schreit. Ein Quoto-Tür auf der righte. Ein Quoto-Tür auf der righte. Fass die Front, ja. Okay, danke. Also bitte alle zum Binnenhintergrund, bitte zurück. Ein Quoto-Tür auf der righte. Ein Quoto-Tür auf der righte. Ein Quoto-Tür auf der righte. Sehr gut, sehr schön. Gut, sehr gut. Das ist so gut. Mit festen Front, Chris. Nein, nein. Perfekt. Jetzt nach vorne, bitte, die Stadtnummer 108. Ich glaube, die Damen brauchen wieder ein bisschen Unterstützung vom Publikum. Guter Teuturgereit und wieder vom Vorne. Okay, bitte die anderen Starterinnen auch nach vorne und wir machen jetzt eine Minute Prost mit Musikunterstützung. Musik 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 Okay, dankeschön, thank you all so much. Please go big. Thank you. Okay, danke vielmals. Jetzt könnt ihr kurz herausfinden, Stadtnummer 108, Madeleine Grill. Kannst du bitte vorne stehen bleiben? Zweiter Platz, Neulingsklasse, der Nachname bleibt gleich, Corinna Grill. Siegerin in der Neulingsklasse, die Stadt um 110, Mona Stückler. Und auch gleichzeitig das Pressgeld für die beste Präsentation. Bitte ein Foto der drei Bikini-Neulinge. Noch näher zusammenkommen vielleicht. Genau, Pokalstimme am Boden, schaut ein bisschen aus. Genau, super. Dankeschön. Wo kommen wir mit der allgemeinen Siegejahre weiter? Ja. Hier muss man sagen, Carmen ist eigentlich nicht, sie ist schon einige Jahre älter als die Dame, die noch weiter hinten stehen. Und sie ist so alt, dass sie es gar nicht glauben würde. Also, das ist jetzt auch ein Kompliment. Ja. Bitte kann doch kommen nach vorne. Carmen Radoczai. Bis gleich. Noch noch ein bisschen ein Totti. Der vierte Platz in dieser Klasse geht an die Stadt um 108, Madeleine Grill. Die ersten drei waren eigentlich ein sehr knappes Ergebnis. Dritter Platz geht an die Stadt um 109, Corinna Grill. Und jetzt ist ganz knapp geworden, der Unterschied war genau ein Punkt. Der zweite Platz geht an die Stadt um 110, Wohne Stückler. Und Sie gehen mit einem Punkt Vorsprung in dieser Klasse aus Ungarn in die Stadt um 112, Vivian Hegedüs. Ja, das Preisgeld für die beste Präsentation hat ja schon vorhin die Mona bekommen. Also, jetzt wird es erst übergeben, okay. Ah, ja. Also, gratuliere. Und ein schönes Siegerfoto. Brust einen Applaus für diese Damenklasse. Und danke auch an den Istmann, der uns gerade 300 Euro heute zur Verfügung gestellt hat. Danke sehr, Andi, der BFF Hungary. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. BMW. Und die zweite Dame jetzt im Bikini Omaol hat die Stadt Nummer 112, jedenfalls aus Ungarn von Hungary, Vivian Hegedüs. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Bitte bitte beide das Koaner, ich komme in front. Jetzt haben wir beide moderiert. Stopp! Das ist bikini-overall. Wir brauchen nur die Winner. Du hast den Katzen, nur die Winner. Quartere turnen auf deiner Seite. Und die vierte Drehung. Also auf Deutsch-Bauber, das ist neben dem. Quartere turnen. Auf Tschechisch kann ich schon sagen. Ja, unberechnet. Quartere turnen auf deiner Seite. Danke. Quartere turnen. Und Quartere turnen auf deiner Seite. Und Quartere turnen auf deiner Seite. 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 Ja, es ist mit der Startnummer. Quartere turnen auf deiner Seite. Okay, vorher das Foto. Hannes, bleib bitte noch auf der Bühne. Genau. Thank you, danke sehr. Und bitte noch ein Foto, Hannes, mit der Siegerin alleine. Wann hat er drauf, thank you very much. Und kommt ein bisschen weiter in die Mitte. Ein bisschen in die Mitte vielleicht. Genau. Das sieht aus der Kamera super drauf. Bitte noch einen Applaus für unsere Bikini-Gesamtsiegerin Judith aus Ungarn. Herzliche Gratulation und danke für den Teilnahme. Wir haben mit der Startnummer 114, Tina. Tina Gladys von der Ponte, da sind wir hier. Da ist Tina! Ist ja eh da, oder? Und mit der Startnummer 116, Petra Pittner. Ja, dann darf ich die drei vorstellen. Noch einmal. Mit der Startnummer 114. Zum ersten Mal heute auf der Bühne, und sie sieht hervorragend aus. Frau Katrin Pressl. Nummer 115 ist eine Dame aus Slowenien. Letztes Mal war sie vom Slowenischen, Slowenisch-Präsentier, als ihr Ohr reingeschickt worden. Heute ist sie wieder auf der Bühne. Nummer 115 von Slowenien. Dina Plasik. Temu und Dina! Und jetzt попроб druisch ist die Nummer 116 von Hungary, Petra Pittner. Bis Kampen wird mit Kloser, Kloser, bin noch näher, Kloser. Kvar da für ein Töger Reich, in die 4.3 um das Schäft. 2.3 um das Schäft. Kampen wird mit Kloser, in die 4.3 um das Schäft. Levoutino, bravo! 2.3 um das Schäft. Und wenn Sie fragen, wie soll die Tontfiger-Klasse aussehen, kann man sagen, ungefähr so. Also, das sind 3 wirklich hervorragende Tontfiger-Athletinnen. Und wieder von vorne. Kvar da der Facing Front. Ja, in dieser Klasse gibt es jetzt auch wieder Vergleichs-Gosen, wie dann auch bei den Männern und den anderen. Bikini-Gasten, was es ja in den Bikini-Gasten nicht gegeben hat. Und eine Pose-Kür gibt es da auch. Ich darf alle bitten, um eine Doppel-Bizeps-Pose von vorne. Double Biceps. Thank you. Please, aside chest-Pose. Yes. You can do an individual side-Pose, but I call it side chest. That's good. Okay. Turn around. Please, double Biceps from your back side. That's your level. Thank you. And please, one individual pose you like from the front. Irgendeine Front-Pose, die euch besonders gut gefällt. Individual pose. Bravo, Albertina. Danke sehr. Und nun vielleicht noch irgendeine seitliche Pose, eine Side-Pose. Anything you want. Irgendeine beliebige Seite-Gebote, die euch gefällt. Thank you. Ja, ihr seht die Euro an. Alles ok? Oder brauchen wir noch einen Vergleich? Dina, please go back. und zurück. Quaude turn. Quaude turn. Quaude turn. Haben alle gewertet? Dina kam in front. Und die Musik machen wir kurz ein bisschen lauter dann könnt ihr euch auch nur 20 Sekunden posten. Und die Musik machen wir kurz ein bisschen. Satz Nummer 114, Frau Katrin Bressl und Musik bitte. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Thank you, Dankeschön. Die Stadt Nummer 115, Tina Blasic 115. Vielen Dank. Wenn die Musik nicht läuft, müssen wir eine andere einlegen. Tina, Musik, it's not working. Du hörst eine CD? Okay, it's not working. Can we try it again? Okay, dann haben wir die Nummer 116. Pizza Pizza. Rob Henry. Okay. 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 Die Stadt Nummer 115, Number 115, from Slovenia, Tina Blasic. Vielen Dank. 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 Und jetzt kommen wir zur allgemeinen Siegerehrung. Auf der dritten Platz in dieser Klasse die Stadt Nummer 114, Katrin Bresson. Platz 2 in dieser Klasse die Stadt Nummer 116, Petra Bittner in Hungary. And the winner from Slovenia, number 150, Tina Blasic. Bravo! Bravo! Brasina! Weiter stößt sie noch ein bisschen zwischen den Armen. So, der Fotografs, yes. Perfect. Walter, du machst es super. Wahnsinn. Großen Applaus bitte nochmal für die Damen. 118. 118 brauchen wir noch. 119. Bitte alle auf die Bühne. Alle. Eigentlich wurde da nicht in Ordosa gekommen. Wie gesagt. 119. Monika Wieda. 122. 122. Betra. 123. Andrea. Whole full line-up. 123. Orsinn. Es geht Catalogins. Bremi Anna! Bremi Anna! Bremi Anna! Ausmelden! Super! Bravo! Bravo! Junior Kürt! Wente! Danke sehr! Wir haben die Nummer 117, 117, Athletic Figure, Janna Train Figure, 120, Athletic Figure, also alle sind in dieser Klasse, wie es geplant war. Außer die Nummer 117, Jana Rujikova, da muss ich die Trend figuren. Okay? Dann darf ich alle wieder hinter die Bühne bitten. Ja, dann stellen wir uns noch einmal vor. Mit der Stadtnummer 117, sie ist heute zum allerersten Mal auf der Bühne, Frau Tina Landl! Mit der Stadtnummer 119, aus Slowenien, von Slowenien, von Hungry, von Gabriele Zudi. Bitte 117 und 119 die Plätze tauschen, 117 und 119, Change Places. Ist es Changed? Okay? Quater Turn to your right. Eine Faltnummer 119, 14 und 3 und nach rechts. Quater Turn to your right. Quater Turn to your right. Quater Turn to your right. ein right. Ein weiterer Tuna Turn facing front, vier H pro D carne wieder nach vorne Gern und H filmmaker. Ch oct. Ja! 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 Side chest, eine seitliche Post-Pose. Holdal, biceps! Jawohl! Jawohl! Juhu! Side triceps, eine seitliche Triceps-Pose. Biceps, holdal, biceps! Juhu! Masadisch, Fogod! Vorogjál, vorogjál! Jawohl! 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 Danke sehr! Nun von rückwärts, Turnaround. Double biceps! Maulito! Jawohl! 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 Und wieder von vorne. Bitte noch eine Bauch- und Bein-Hose. Abkommen aus einem Salz. Bauch und Bein. Jawohl! 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 Ja, dann darf ich euch wieder die Bühne bieten, zur Vorbereitung auf eure Kürvorträge. Vielen Dank.